Jo Leute, Mo86 hier am Start. Die Ereignisse überschlagen sich wieder mal. Und wie ihr seht, Manuelsen ist mehr als verzweifelt. Er hat sein wahres Gesicht gezeigt. Ich habe auch mit Tarkan geredet. Er ist ein Hangaround forever. Und er hat keine Ambitionen, hier jemals Hells Angel zu werden. Er sagt Tarkan81 selber. Er trägt trotzdem eine Kutte mit 44. Ich finde das sehr, sehr komisch. Stellt euch einfach vor, ich würde eine Person sehen, die nicht Manuelsen ist und würde mit 44 mit einer Supporter-Kutte rumlaufen. Richtig peinlich, richtig peinlich. Sufjan sagt auch, es hat ihm noch nie jemand so getriggert wie ich. Warum? Weil ich die Wahrheit sage. Er wollte hier mit Lügen vorangehen und ich gehe mit der Wahrheit voran. Und die Wahrheit gewinnt immer. Und das ist einfach nur so peinlich, dass die so extreme Lügen über mich erzählen wollten, sich 100 Leute zusammengetan haben und trotzdem sozusagen die Wahrheit gewonnen hat. Merkt euch das, die Wahrheit gewinnt immer. Mo86, ihr wisst Bescheid. Senor Jackpot, die bella figura, sexy balance, ihr wisst. Und was kann ich dafür? Ich mache halt eine sexy balance. Die bella figura, Senor Jackpot, die Nummer uno, nicht Nummer dos. Da ist der Unterschied, versteht ihr? Ihr seht ja auch, wenn ich auf TikTok live gehe, hunderte Leute wollen mit mir live gehen und so weiter. Ich bin jetzt wirklich in ganz Österreich, Deutschland, Schweiz, überall bekannt. Und ja. Und deswegen kommt auf TikTok, da geht es wirklich ab, da geht es drunter und drüber. Ich war auch mit Isan Bayer live, das will ich dann alle hochladen. Und auf jeden Fall könnt ihr euch das dann auch anschauen, dass er die Leute spalten will und ich für Frieden, für Gerechtigkeit und so weiter stehe. Ihr wisst, Mo86, das Schwert der Gerechtigkeit, Senor Jackpotty. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und jeder weiß auch, wer der King auf TikTok ist. Ich war auch schon mit Engelsgesicht. Mit den meisten Leuten auf TikTok war ich schon live. Ihr wisst ja, er ist bei mir in den Livestream reingekommen. Ist als K-Pack rausgegangen. Ihr wisst Bescheid, Mo86. Erfolgsgarantie geworden. Und ich spürst ja, alle reden über mich und so weiter. Und ich sage immer, die Größe eines Mannes wird an der Anteil seiner Feinde gemessen. Und ich sage die Wahrheit, das stört sehr viele Leute. Ihr seht ja, ich bin ein Typ, bei mir gibt es keine Rückenpolitik oder sonst was. Und da sind die extrem verzweifelt, weil die normalerweise die Leute einschüchtern, bedrohen und so weiter. Und das funktioniert alles nicht bei mir. Und sozusagen haben die hier ihren Meister gefunden. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Und das ist halt auf jeden Fall der Punkt. Und ihr seht ja auch, dass ich halt immer Entertainment und alles biete. Warum? Ich erfinde hunderte Wörter und so weiter. Ich will auch die Leute entertainen. Obwohl die Message ist eine ernste Message. Die Message meine ich auch ernst. Und ich verpracke es halt mit Stilmittel und so weiter, damit es auch interessant für die Zuschauer ist. Und ihr seht ja, bei mir ist immer der Livestream voll. Die Leute schauen sich gerne meine Videos an und so weiter. Und da auf YouTube läuft auch jetzt besser und so weiter. Und warum? Weil ich die Wahrheit sage, die Leute hören mir sehr gerne zu. Die hören gerne die Wahrheit. Ich bin der Einzige, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ausspricht, was er sich denkt. Und das respektieren halt die Leute. Das ist der Punkt. Und wenn Leute hier Videos gegen mich machen, ist er einer von 100. Es gibt wie Sander mehr Leute, die mich reden. Und da ist auch nichts Besonderes dabei. Ihr wisst Bescheid. Ich spreche vier Sprachen, ich bin intellektuell, ich bin gebildet, ich bin Straße, ich bin Rapper, selbstständig und vieles mehr. Natürlich werden da die Leute heifersüchtig. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen abonniert alle den Channel. Folgt mir. Wenn ihr Musik hören wollt, geht auf den Berserker Channel. Da wird demnächst auch ein District kommen. Gegen Manuelsen. Und ja. Den bereiten wir ja schon vor. Da kannst du dich auf was gefasst machen. Manuelsen. Und auf jeden Fall. Mo86. Ihr wisst Bescheid. Geht auf den Berserker Channel. Abonniert den Channel. Berserker Triwonti. Ich werde auch demnächst wieder ein Gewinnspiel machen. Und zieht euch unsere Musik rein. Ich habe sehr sehr viel Musik auf YouTube, auf dem Berserker Channel. Zieht euch da die Musik rein. Und lasst ein paar gute Kommentare da. Und auf jeden Fall. Macht auch bei Berserker. Folgt ihm auf jeden Fall auf YouTube. Und auf TikTok ist der Berserker313. Einfach folgen. Und Leute. Und ihr seid die krassesten. Ich bin Platz Nummer 3. Jetzt aufstreben. Das ist das auf TikTok. Ich war auch Platz Nummer 2 und 1 auch schon. Ihr seid ein paar zu stabil. Ihr seid zu nice. Ich wollte mich bei jedem für den Support bedanken. Ihr seid ein paar zu stabil. Mo86. La Brada Nostra. Ihr wisst Bescheid. Das Schwert der Gerechtigkeit. Senior Jack Bauti. Bella Figura. Sexy Balancie. Ihr wisst Bescheid. Mo86. La Brada Nostra. Abonnieren. Glocke aktivieren. Gute Kommentare schicken. Und auf jeden Fall. Ihr wisst. Keine Folge. Keine Livestream auf TikTok für Basten. Mo86. Peace out.